Ja, aber nein, warum, ähm, was, ich bin der Erste? Cool, ich bin der Erste. Sehr schön, ich hab das Rennen gewonnen. Vor allem, sie schreien jetzt auch alle, dass da Feuer ist, also könnte es gut sein, dass da tatsächlich Feuer ist. Ich schnappe gleich mal den Schlauch. Nein, ich hau die Scheiße aus dem Fenster raus. Aber hier ist das ordentlich. Ne Haarklammern, natürlich, wie soll das anders sein? Was sollte man denn sonst bei den Frauen auf dem Klo finden, wenn man in den Spiegel schaut? Natürlich Haarklammern. Wo sind wir? Daheim. Hilfe ist auf dem Weg. Danke. Rosa, was ist passiert? Hol einfach das Ding da raus. Bald, bald, sehen wir uns das erst an. Bis zum nächsten Mal.